Das war sehr schön, viele Leute, gare Musik. Es war unvergessen. Hallo. Hallo? Du siehst auch Glück und die ganze Schule spricht. Sie ist ein rosa Tisch. Er ist so blöd. Er kommt nicht aus Agra. Ja, ich denke, er kommt auch so gut. Sarah, vielleicht sollen wir mit ihm sprechen. Nein, ich will nicht mit ihm sprechen. Aber Sarah, vielleicht ist er nicht so schlecht. Okay, geben wir ihm schon. Ja. Hallo, komm zu uns. Hallo. Ich heiße Matteo. Ich bin Eva. Matteo. Was gibt's mit Hennen? Ah, nicht ganz gut. Ja. Woher kommst du? Ich komme aus Sorur. Und wo ist Sorur? Hier, ich zeige euch. Ah, so schön. Deine Worte stehe sehr schön. Ja, danke. Interessant. Sehr schön. Schöne stände. Schöne stände. Schöne stände. Du hast zu schütteln. Ja, das alles nehme. Wir засchütteln. Jetzt sind die Schöne stände.